Die politischen Streitigkeiten zwischen Berlin und Ankara haben nach Ansicht vieler Deutsch-Türken auch ihr Verhältnis zu ihren deutschen Mitbürgern beeinträchtigt. Der Umgang zwischen Deutschen und Deutsch-Türken habe sich in den vergangenen Jahren verschlechtert, sagten 52 Prozent der Befragten in einer repräsentativen Umfrage des Norddeutschen Rundfunks. Als Grund gaben 59 Prozent die Regierungsstreitigkeiten an. 53 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass auch die Medienberichterstattung eine Rolle spielt. Schlechte persönliche Erfahrungen nannten die wenigsten als Grund. Das Meinungsforschungsinstitut Data4U hatte im Auftrag des NDR mehr als 2.800 Türkei-Stämmige befragt. Nur 12 Prozent gaben demzufolge an, dass sie die deutsche Kritik am türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan für berechtigt halten. 44 Prozent halten die Kritik an Erdogan nicht für gerechtfertigt. So sagte eine Deutsch-Türke in dem NDR über Erdogan, Zitat, Er kümmert sich um sein Land, seine Leute, auch die, die im Ausland leben. Der Großteil der Befragten gab allerdings auch an, sich in Deutschland wohlzufühlen. Den Ergebnissen zufolge macht es kaum einen Unterschied, ob die befragten Türkei-Stämmigen in erster, zweiter oder dritter Generation in Deutschland leben. Data4U nannte als wichtigsten Unterschied den Bildungsgrad. Demnach seien Höhergebildete besser integriert und stünden Erdogan kritischer gegenüber. Bei den weniger gut Ausgebildeten stiegen die Sympathie und die Zustimmung für die Politik Erdogans sprunghaft an.